Ah, ok. Du kümmerst dich gerade um die Bienen, oder? Ja. Ok. Die Frage ist gerade, was kann man eigentlich mit Honig anfangen? Oh, da habe ich, weiß ich, darüber gerade noch gar nichts. Aber irgendwie macht das Spaß, so ganz viele Blumen hier hinzusetzen und, keine Ahnung, und zu warten, bis da was kommt. Du bist jetzt, du bist jetzt das Blumenmädchen. Ja, Blumenmädchen, genau. Blumenmädchen. Super Titel, wie ich finde. Was ist dein Beruf? Blumenmädchen. Ja, im echten Leben ja auch Blumenmädchen bin ich. Ja, klar. Ausgewildetes Blumenmädchen. Ich kenne ja auch jede Sorte von den Blumen. Jede Plume. Jede Einzelne. Ja, ist ja schön. Super Beruf. Der dient auch richtig viel damit. Jaja, klar. Blumenmädchen sind richtig gut bezahlt. Boah, das wär's jetzt. Aber halt nur, wenn du eigentlich kein Mädchen bist, sondern Typ, dann wirst du noch mehr bezahlt. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Weil das ist ja, ne? Du musst ja, du musst ja als Titel Mädchen haben, obwohl du kein Mädchen bist. Allein dafür kriegst du mehr Geld, weil sie sagen, ja okay, das ist der Peinlich-Bonus. Peinlichkeitsbezahl-Bonus. Klingt logisch, oder? Ja, so ungefähr. Ja. Also ich finde das total logisch. So. Gebratenes Fleisch. Mhm. Oh, ich hab 15 Faden, gell? Geil. Und du brauchst, glaub ich, 4 Faden für... Ja, dann Wollblock. 4, 8, 16. Könnt noch ein Bett bauen. 4, 8, 16. Ja, ja, guck mal. Äh, das nächste... Ne, nicht Quatsch. 4, 8, 16. 4, 8, 12. Das heißt, du kannst dein nächstes Bett bauen. Geil. Aber ich glaub, das muss ich bauen, damit ich... Oder zumindest hinstellen, damit ich da auch spawner. Alter. Mach einfach drei Wollblöcke und pack die hier bei uns in die Kiste. Mhm. 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 Ich glaube, das reicht. Okay. Mein Spaten ist kaputt. Ach. Ach, ich bin wegen Eisentier. Was? Ach. Ich bin wegen Eisentier, hab ich gesagt. Weil ich eben überlegt hab, hä, was noch... Was brauch ich denn nochmal? Ja, Eisen und Nahrung. Ja, ja. Na gut, Nahrung hab ich ja. Weil du ja schon am sterben dran warst. Hä? Haken? Wieso haben wir einen Haken? Mhm. Ja, den hab ich gefunden. Ja, den hab ich gefunden. Keine Ahnung. Okay. Hat, glaub ich, irgendein Vieh fallen gelassen. Hook hat ihn fallen lassen. Hä? Er so, hä, wieso haben wir einen Haken? Hahaha. So, gut. Freu ich mich schon drauf, wenn ich endlich einen Texturenpack darauf installiert kriege. Wenn's klappt. Ja, falls es klappt Falls irgendwer von den Zuschauern eine Idee hat schreibt es einfach mal in die Kommentare unten rein das wäre schon echt voll hilfreich zu wissen Also ich meine, es sieht jetzt nicht extrem scheiße aus man hat sich ja schon dran gewöhnt irgendwie aber wenn man die Möglichkeit hat eine höhere Auflösung in Texturen reinzukriegen, dann würde ich es doch schon ganz gerne machen Weil auf Dauer fängt es halt doch irgendwann an zu nerven Also ich glaube ich habe ein Was? Ich habe ein Bildschirr-Video Auf jeden Fall Du meinst ein Thumbnail Ja, ja Ich kann das nicht aussprechen, deswegen habe ich es anders genannt Du nennst es einfach ein Daumennagel Weil nichts anderes bedeutet Thumbnail auf Deutsch übersetzt Du hast einen Daumennagel gefunden, okay Okay Wenn du mal herkommst und nach den Bienen guckst, dann wirst du schon das Bunt hier sehen Ah, okay Weil Ah, das ist bunt Okay Sieht also aus wie ein Fleck Einhornkotze, ja? So bunt ist das da jetzt Still Ah, Honigwabe Oh Ähm Du bist gerade völlig überfordert, oder? Oh, Bienen Oh, Bienen, hilf doch Ähm Was ist das? Okay Ah, nee Was haben wir denn alles hier? Zombie-Herz Ja, was das soll, habe ich auch noch nicht begriffen Das brauchst du bestimmt zum Tränkebrauen, oder so Heb die Scheiße mal auf, Zombie-Herzen Ja, das ist ja in der Kiste drin Ja, ja Ich meine nur Irgendwann brauchen wir das bestimmt Vielleicht zum Zaubern, oder so Naja, sag ich ja Tränke Tränke, oder so Bestimmt Okay, also hier ist auf jeden Fall gerade relativ friedlich Obwohl es Nacht ist Das ist schon mal ganz gut Okay Das heißt, ich kann hier auf jeden Fall weiter Weiter Dinge tun Und muss nicht drinnen stehen Und hoffen, dass die Nacht endlich vorbeigeht Soll ich hier ein bisschen was aus dem alten Lager rüberbringen? Ja, wenn du sowieso rüberkommst Dann nimm mal ein bisschen Krampel mit schon mal Ja Und zwar, ich komme zuerst mit meinen Bienen an Okay Das ist mein Wichtiges Bienen Oh, ich hole uns nur noch Ich jagge uns noch ein paar Kalamare Kalamares Dankeschön Ach du Scheiße Da ist so ein Ah, fuck Ja, deswegen hau ich schnell ab Brauchst du auch Oder bleibst du da drüben? Ja, ich versuch's Ähm Ach Was ist das für ein Vieh, ey Das weiß ich nicht Ich glaub, ich mach den klar Kann ich mich durchs Wasser anschießen? Dann kommt der hoch Ah, ah Oh Gott Komm rein Der schießt aber wie in ein Maschinengewehr, der Junge Ja Übrigens, ich hab ganz viel Kohle mitgebracht Was hast du mitgebracht? Ganz viel Kohle Hast du die Kalamares schon in den Ofen gestopft eigentlich? Die was? Die Kalamares Ja, im Rat Zwei Stück Gut, dann packe ich auch noch zwei rein Ach, falsch Ich hab nämlich grad nochmal zwei gefangen Okay Ich möchte aber auch einen davon Der ertrinkt, gell? Wie, der ertrinkt? Echt? Ohne Scheiß? Ah, jetzt ist er wieder über Wasser Das ist einfach ein anderer Nee, ist der gleiche Ah Nee Einer ist abgesoffen Also irgendwas Brennendes ist abgesoffen Brauchst du was zu essen? Nee Ich hab hier noch Äpfel und sowas Hä? So Was kann man denn noch braten? Hast du Hast du die Hast du jetzt eigentlich die Wolle mitgebracht? Ja, hier Hier ist Ah, gut Ähm Dann werde ich mir jetzt mal schnell ein Bett kraften Mach das Waren das Holzblöcke? Nee, waren es nicht Es war ein Holzbrett Es war ein Holzbrett Ich weiß das Ich wollte nur wissen, ob du auch aufpasst Ja So Das Das Ich hab ein Bett So Und das Äh Das Bett stelle ich hier einfach mal einen Raum weiter Dass jeder getrennte Bettchen hat Ja Erst Ja, wenn ich das jetzt da auch noch hingestellt hätte So, ich stelle das einfach da hin Wenn ich das da jetzt auch noch hingestellt hätte Wären wir ja gar nicht mal in die Kiste rangekommen Und all dieser ganze Krampel Ah, da ist deine Bienenkiste Okay Ja Ähm Hier fahre ich mein ganzes andere Zeug rein Was ist das noch im Moment? Ja, wir werden wohl noch meine Ah, passt jetzt mal rein Geil Ja, das ist nicht so schlimm Ich hab hier noch Holz Pass auf, ich baue noch mal schnell Wir könnten hier ja einen Lagerraum reinbauen Wo ich gerade stehe Ja, das war, das war so mein Das war so mein Gedanke Aber solange wir das nicht tun Baue ich jetzt einfach hier Nochmal eine Kiste drüber Okay So, und da kommt jetzt So, und da kommt jetzt Vielen Dank.